warum ging das hier nicht falsch du schießt falsch du hast leider weg was ich kann ja nichts sehen auf diesem untergrund so so müsste es jetzt richtig sein irgendwo wieder geschossen ist egal ich brauche mehr mining drills ich hab kein eisen dafür wir bauen hier eisen ab verdammt und der zug wird sowas von reichen na los morgen werden beschädigt ist nicht schlimm aber wir haben keine repair packs zug so einsteigen zu farma bitte nach hause nicht jetzt sofort go to station ist jetzt falsch rum drin nein ich habe mir gesehen das gleich stoppt den zug erz 1 go to the station fahr zurück fahr zurück ich will gucken was er hier oben macht wurde da unten zerschossen von dem ding okay wir brauchen definitiv lasertürme auch weiter unten das heißt ich nehme hier mal zwei weg setzte hier unten ran und mache hier ein bisschen mauerwerk einfach nur so querbeet okay okay du wieder rein diesmal auch vorne wir würden gerne nach hause go to station und dann kann man das ding eigentlich durchgehend laufen lassen auch wenn es halt fast immer leer fährt aber es hat halt stil und wir bauen nach und nach mehr mining drills bis das dann irgendwann wirklich dazu kommt dass das ding voll nach hause fährt und die 30 sekunden reichen momentan denke ich mal aber wenn wir jetzt anhalten guck mal wie schnell das geht zack 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 das sieht cool aus mit dem robot dann guck dir das mal ein richtiger schwarm der hier weg fliegt sehr geil und es hat nicht mal alle roboter ausgelastet sehr cool sehr sehr cool oh eisenplatten kommen kann ich mir gleich wieder in die bahn reinsetzen bevor sie gleich ohne mich abhaut eisenplatten sind voll ich oh 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 was hätte tödlich enden können glaube ich so hoch und unterwegs schon mal neue mining drills bauen tschuk 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 jihau jihau okay das musste sein und stopp zack das wieder befüllt mit nicht besonders viel zeug aber okay äh so weiter bauen du dahin du dahin du dahin andere Seite zack 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 das heißt jetzt würde es fast schon Sinn machen nachher das noch schnellere Fließband zu nehmen weil sonst ist das hier irgendwann voll wenn wir wirklich bis oben hin das durchziehen ich glaube schon oh ich muss wieder runter zu meinem Zug der Zug ist weg oh und Eisenbrocken liegen auf den Schienen ich weiß nicht wie sicher das Ganze dann ist das heißt ich warte jetzt hier mal eine Minute dann müsste er ja spätestens wieder hier sein und währenddessen befüllt sich das alles schon ja sehr gut sehr sehr gut ist ja nicht so dass wir zig Tonnen Eisen schon vorrätig haben aber kann die genug haben da hatte ich nicht eigentlich gesagt dass ich das mit den Basen jetzt erstmal lassen wollte bis das da alle ist oder so aber egal es ist auf jeden Fall gut geworden bisschen provisorisch die Kabel hängen alle ganz schön querbeet aber es funktioniert und das ist wichtig und richtig äh und mehr Repair Packs die müssen gleich alle ins System so Zug kommst du Zug ähm das müsste jetzt doch schon eine Minute gewesen sein oder also die Fahrt runter dauert keine 30 Sekunden ah da kommt er ah und die wurden nicht entladen das müssen wir gleich mal angucken ah die kriegen wir leer okay du Rainer wir brauchen auch gleich na das ist genug für Blocks wir brauchen auch gleich äh neue Mauern weil ich würde das gerne hier ein bisschen einbunkern und vielleicht noch Lasertürme brauchen nochmal Lasertürme und schon wieder auf Weg nach Hause also ich denke später müssen wir es ein wenig erhöhen von 30 Sekunden auf 40 vielleicht entweder das oder wir erforschen dass sie mehr Gegenstände auf einmal hin und her machen können die Ärmchen und Züge sind einfach nur cool in diesem Spiel oh hier sind alle falsch rum das könnt ihr erklären warum ihr nicht leer gemacht wurdet so aber auch unbedingt Licht hier unten das ist so eine coole Show die muss man sich im Licht angucken so 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 und Zug ist leer sehr schön oh 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 nicht nicht vor dem Zug lang laufen Kinder und Spieler das soll tödlich sein wie viel Eisenerz haben wir jetzt wirklich im System 9000 noch was ja wir hätten zuerst noch eine Kupfer Geschichte ähm verbanisieren sollen ich laufe mal hoch zu unserer kleinen Kupfer Außenposten Basis Geschichte vielleicht könnten wir die hier auch noch anschließen das wäre irgendwie schicker dann hätten wir eine hier unten die Home Basis dann fährt er hoch zu Erz 1 dann fährt er weiter nach oben zu der Kupfer Basis sackt da alles ein und fährt dann hier rum wieder nach Hause und lädt da sowohl Kupfer als auch Eisen ab ah das ist mau sowas von mau wie viel Kupfererz haben wir im System nix passt gar nix ok weg mit ihr wir brauchen Eisenplatten du da du bist leer nimm 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 da so geht wieder ein bisschen schneller ist ok kommt irgendein Roboter für mich mit Eisenplatten das wäre super ich tue euch auch net oh davon klaue ich mal zwei ähm ich tue auch euch die Repairdinger da rein hatte ich nicht 50 Stück davon unterwegs hergestellt sehr komisch ich bräuchte auch noch Eisenzahnräder Jungs dafür kriegt ihr Steine und Fuelblocks und komische Maschinen und Züge Trainstop ja hier ein Zugding ganz hinzusetzen macht null Sinn das Ding haben wir in 10 Folgen leer gelutscht da wird nicht mehr viel übrig von sein vor allem wenn ich jetzt dann noch mehr hinbaue was ist das da ach so das ist Licht das Licht kann kurz weg so dann ein Fließbandding da hin da noch eins hier hin ne wie steht normale Fließbande als sonst Verschwendung mit den roten so 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 das Feld bitte komplett leer machen wirklich schnell ich will wieder Kupfer im System haben du zu was sagt ihr jetzt wir sind immer noch bei negativ Kupfer im System es wird alles sofort weiter gearbeitet wir haben auch negativ Platten und negativ Kabel Meno Meno was sagt die Karte Kupfervorräte da ist ein richtig schöner Kupfervorrat ne ne wie machen wir das wir könnten das so machen er fährt von Erz 1 runter nach Hause lädt Eisenerz ab fährt von hier aus einen Bogen da unten hin weil er nicht hier durchfährt weil hier überall Basen sind also fährt so 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 fährt da fährt hier macht einen Bogen fährt da hin zu Erz 2 sammelt dann Kupfererz ein fährt wieder zurück lädt Kupfererz ab fährt zum Eisenerz ne so das klingt nicht schlecht wobei das hier jetzt schon wirklich weiter weg ist das wird dann problematisch mit den mit der Stromversorgung vor allem wenn irgendein Viech so ein Stromkabel mal durchbeißt also hier irgendwo hat die ganze Basis keinen Strom mehr heißt produziert kein Erz und kann sich nicht ordentlich verteidigen das heißt vielleicht sollten wir doch auf Gun Turrets umsteigen ich meine wenn man die mit der guten Munition füttert der da könnten die auch okay sein keine Ahnung weiß ich nicht wie schaut es hier oben mit Plastik aus 510 drin ja sehr gut und na meine Bahn es werden Sachen zerstört es werden richtig viele Sachen zerstört ich komm lass mich hier durch was zum geiler ist da los komm wir fahr sie machst die alle kaputt ich seh nix da ah die kamen von oben blaue Viecher äh repair ich kann nicht so wirklich gut sehen was ist da noch kaputt gegangen 10 Turrets schießen ja gut okay äh da die Roboter haben uns nicht mit neuen Mauern versorgt das ist schade aber es scheint nicht wirklich viel kaputt gegangen zu sein wir sind hier durchgerannt am Fließband lang nach oben zu den Mining Drills wo sie beschossen wurden das sind echt komische Viecher ich werde da jetzt einfach überall Türme könnte mich mal so also Eisen kommt inzwischen gut rein der Zug hat hoffentlich nichts abbekommen weil der soll eigentlich recht viel aushalten und auch alles was auf den Schienen des Instin gehen können das heißt da lege ich mich nicht wieder an ähm ja hier an den Seiten ist halt alles noch unsicher bau bitte nochmal 10 Lasertürme und dann kommen die hier an die Rückseite ran und da ran du bekommst hier ein Laserturm bekommst da ein Lämpchen warum hast du keinen Strom hier ist doch ein super Strom oh oh äh bau das Muster weiter bau das Muster weiter so jetzt hast du wieder Strom warum stehst du da mitten in der Pampa und hast keinen Strom so einfach alles vermustern dann geht das wieder du stehst im Weg nein ok äh Laserturm Laserturm überall hin einfach Lasertürme das wird eine Freude das alles abzureißen weil ich glaube das lasse die Roboter machen das ist jetzt einfach hier irgendwo ein RoboPort hin oder eine RoboPort Kette bis hier oben und sagt dann Deconstruct und dann wird alles ins System eingelagert was echt schick ist oh ok also wir haben wahllos überall Türme hingeblabbt oh ja ok wahllos Türme hingeblabbt was war hier ach hier war ein Stromdingens ja ok das heißt ich hoffe mal das hält einem Angriff jetzt wieder stand es wäre nur schön mehr Mauern zu haben ich glaube unser Mauerproduziersystem ist da momentan nicht so wirklich gut am Laufen müssen wir uns das nächste Mal angucken und was machen wir noch also ich bin froh dass das jetzt schon so geklappt hat mit der Basis da oben aufbauen auch wenn sie regelmäßig angegriffen wird das heißt wir denken jetzt stark darüber nach da unten noch eine Erzbasis zu bauen Forschung lassen wir weiter aus weil ich wie gesagt genug grüne und rote Chips äh Quatsch rote und blaue Chips haben für diverses Hightech Zeug zum Beispiel das da Moment mal bauen wir mal 5 davon und gib mir 100 Blaue Chips ja sehr gut also Hightech Zeug bauen und so weiter und allgemein Sachen bauen und sobald das denn einigermaßen steht können wir wieder mit der Forschung weitermachen ist also auf Eis oh regelmäßig Solarzellen wofür wir grüne Chips brauchen wofür wir Kabel brauchen wofür wir Kupfer brauchen wofür wir die Basis im Süden brauchen also ja es deutet sehr viel darauf hin dass wir in den nächsten Folgen das Bahnnetz erweitern und zwar hier unten rum und da hinten wobei wir da eventuell drüber nachdenken müssen dem eine autarke Stromversorgung zu geben ach nö ach nö 13 Turrets engaged ist nichts kaputt gegangen bisher ok alles zerschossen kriege ich Mauern? ne keine Mauern ok also nächste Folge wir kümmern uns um das Kupfererz unten wir küpfern gucken mal nach wie das mit der Steinproduktion den Mauern aussieht und wenn wir genug ups wenn wir genug Mauern haben gehen wir hier oben hin und sichern das ganze Ding also das sichern Bahn weiter ausbauen hier Basis aufbauen und eventuell ein wenig versuchen das autark zu halten also Solarpanels da hinsetzen und so weiter trotzdem bekommen wir auch eine normale Stromanbindung also wir bekommen diese Oberlandmasten wie hier auch aber ich hätte gerne als Backup hier drin Akkus und Solarzellen nicht viel aber ein bisschen wenigstens ja ok das klingt nach einem sehr guten Plan also bis denne